Hallo und willkommen liebe Skalenders Fans zu einem neuen Wunschduell und Ninja Häschen wünscht sich Jetfack gegen Schwumboom und wie immer dabei ist die Sarah Hallo und Sarah darf sie auch die Arena aussuchen ähm ja ich bin für Gefängnisinseln ah hier ok machen wir ich sette als erstes drauf ich wähle Jetfack erster Kampf heute auf unserem Kanal und Sarah nimmt dann Lightcore Schwumboom genau Zack so die Premiere heute von Jetfack war ja im Starterpaket dabei ich bin jetzt nicht so überzeugt von ihm aber ich lasse mich mal überraschen ich versuche das Beste mit ihm zu machen so ich wünsche dir viel Glück danke treffen wir uns hier auf der dritten Insel komm dann ist es fair oh da hast du schon deine Pilze geholt die an mir schon haften oh Gott immer dieser Fünfer Schaden ich muss erstmal hier wegfliegen jetzt und jetzt die Saugattacke jetzt die Saugattacke oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ach der Jetfack der zieht überhaupt nichts ab man ich muss hier erstmal weg tut mir leid aber ich muss hier weg oh Gott du bist ja ne 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 das geht gar nicht oh Gott nein die Pilze kleben an mir oh Gott jetzt ist es vorbei ja jetzt ist es ach gar nichts brauchst du gegen Jetfack machen der taucht tut mir leid ich ja so Sache aber der taucht ja gar nichts vielleicht musst du dann nein nein gib es nicht das einzige was da noch kann ist wenn du die Saugattacke machst drückst du noch A bei der Xbox ja aber dann musst du ja so lange warten dann bist du es aufgeladen wir können gerne tauschen aber das bringt gar nichts äh nein ich möchte nicht verlieren das ne Jetfack der taucht ja überhaupt nicht das ist ja ne abartig na egal wisst ihr Bescheid ich weiß für nächste Mal Bescheid kann man nichts machen wir bedanken uns wie immer fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal